Das hier können wir schaffen, Idiots in Cars. Das ist auch ein sehr guter Abschluss, was allseits beliebt ist bei uns allen Kindern hier. Let's go! Die Straßen sehen auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Sehr breit, schöne Häuser. Jetzt wird ihm auf jeden Fall leider die Vorfahrt genommen. Wie blöd kann man sein und nicht nach links gucken? Einfach, er hat sich überschlagen, Bro. Wegen dem Fehler eines anderen. Scherben überall, shake man halt. Ja okay, was macht der denn? Japan Tuning. Ja, Bro, also was soll ich hier sagen? Selber Schuld. Sorry. Ja, den hat er auf jeden Fall auch mitgenommen. Dumm. Das sieht nicht so gesund aus. Oh, fuck, 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 fuck. Nein. Yo, der hat einfach sein Leben gerettet von dem anderen Auto. Was heißt Leben gerettet? Also er wäre nämlich fett hinten reingefahren. Dafür fährt er jetzt auf die Gegenspur. Und sogar noch auf die Wiese. Krass, hat der krass gemacht. Der hat krass reagiert. War sehr, sehr riskant, aber hat der krass gemacht. Alter, korrekt von ihm gewesen. All right, I have a video up there on how to make a pie crust. Why don't you just follow that up, follow that. Bitte nix, bitte nix. Oh. Boah, Glück gehabt. Glück im Unglück. Oh, Polizei. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Na gut, wenigstens ist die Polizei direkt schon da. Hä? Fährt er durch ne Wiese? Oh. 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 Der typische Offroad-Wagen. Oh. 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 Oh manchen Leuten im Kopf. Boah. Yo. Oh, der fährt zu früh zurück. Nein. Ich weiß nicht, dass ich hier bin. Bro... Was denn? Yo! Yo, einfach ein Hund! Ganz entspannt! 100 kmh ist das dann, wenn der 61 miles fährt. Wenigstens ist er vor Wind geschützt und kommt da nicht auf die Idee, wegzuspringen. Alter, einfach zwei Autos weggenocken! Der hatte Launch Control im Rückwärtsgang, no joke! Zu krass! Ja und der fährt einfach weg, ne? Oh, da wurde er erwischt! Minion, so nicht! Krass! Ganz wichtig, dass das da aufgenommen wurde. Okay, jetzt geht weiter. Oh mein Gott, Roller überholt von rechts. Ja, Bro, sorry, also da ist man auch selber schuld. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Ist dem nichts passiert, der Mann, ne? Das sind ja 22 Zoll Felgen, ne? Ne, der bricht auf jeden Fall aus. Oh mein Gott, in den Mustang rein, ausgerechnet! Oh mein Gott, Alter! Boah, geil! Boah, geil! Stell dir vor, du hast einfach so ne random Palme in deinem Vorgarten und die kann da wachsen. Das ist krass! Stell dir vor, du hast so ein Schild in deinem Vorgarten, da fährt einfach jemand gegen. Oh mein Gott, verdammt! Oh Gott, verdammt! Ey, Amis zu krass. Gott, verdammt! Hauptsache man hört den Fluchen, der fährt einfach weiter. Boah, ich sag ehrlich, das ist ja wirklich der Chef in der Nachbarschaft hier mit dieser Palme. Und diesem fetten Truck. Jo, das ist ein Gaskanister! Weiß ich jetzt nicht. Bombe to go, okay. Ey, Bro! Der hätte gerade zweimal einfach sterben können, ne? Und die Autos haben wegen ihm ausgewichen und sind übelst auf die andere Bahnen gefahren. Safe ist ja eingenickt oder so. Sekundenschlaf oder sowas. Ja. Was ging denn da ab, Alter? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Bro! Oh Gott! Pull over! Auch korrekt, dass er anhält, wenn er nicht weiterfährt. Boah, das ist so eisig. Nein! Get him! This guy is cruising! Boah, das sind solche Augenmacher! Oh, I saved it! Wieso waren das jetzt Idiots in... Bro, du kannst doch nicht... Was ist das für eine Sicherung? Jo, ich mache jetzt von hier bis hier ein Band dahin und dann wird da nichts rausfallen. Thank God, this guy has all that rock strapped in so it doesn't fall out. Ja, zum Glück. Und wenn der einmal fett Gas gibt, dann fliegen die so weg. Das war doch heute ein sehr angenehmer Stream. Waren viele coole Videos dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen.